Ich bitte um Verzeihung. Danke. Ich fahre die Strecke zum ersten Mal. Was ist mit Ihnen? An jedem Tag. Schon seit zehn Jahren. Was wäre, wenn ich Sie darum bitten würde, eine kleine Sache zu erledigen? Würden Sie es tun? Ich würde wissen wollen, worum es geht. Jemand in diesem Zug gehört nicht hierher. Sie wissen nicht, wie die Person aussieht. Sie müssen nur eins tun. Sie finden. Warum sollte ich das tun? Es gäbe eine Belohnung. Ich glaube es nicht. Verlassen Sie den Zug nicht, bevor Sie sie gefunden haben. Erzählen Sie niemandem von diesem Angebot. Ich werde das nicht tun. Sie haben keine Ahnung, mit wem Sie es zu tun haben. Die werden Sie töten. Ihre Familie. Und alle Menschen in diesem Zug. Wollen Sie leben? Dann halten Sie den verdammten Zug an. Entscheiden Sie sich bis zum nächsten Halt. Was für ein Mensch sind Sie? Die Kommuter. Am Kino. Am Kino. Am Kino.